Ja, glaube ich auch. Ah, ich weiß. Ich habe Angst. Der Penner schießt mich ein. Was ist los bei ihm da hinten? Oh mein Gott, wie hoch die sind, Alter. Komm jetzt hier, jetzt bringe ich dich um, verdammte Scheiße hier, Mann. Der will noch Tiltetowers. Okay, komm. Marcel, du hast den Sensen an. Was hast du... Warum? So, ja. Ja, schnauze, das kommt nicht, das ist noch nicht mal draußen, oder kommt noch nicht mal raus. Schnauze, du laberst wieder, ne. Du laberst wieder. Ach, baue ich noch nicht. Falls es nicht rauskommt. Wo bist du überhaupt gelandet? So, ja. Wir sind ja nur in... J-Miker. Ne, wir sind ja... Wir sind ja nur in Doppeltzett. Ja. Ich bin bald hier unten. Ich hab mich ganz voller gestreckt. Du wolltest den... ...prank weiter machen. Welchen prank? Verpest dich einfach. Ja, guck mal, was ich hab. Nicht mal ne Bank kann. So, komm. So ein prank. Das war ja keine echte Spinner. Die hat diese anfang gemacht. Aber die hat da eine richtigen geschafft. Ja. Die kommt da rein. Ja, okay. Eis vor Eis. Ich zwei sind gleich vor. Aber hier. Ey, die finishen die euch? Das war's dann noch wieder. Nein. Wie viele? Warum frage ich überhaupt nicht? Ich hole doch sowieso alle. Ey, belebe mir mal wieder. Oder wo der ist, Alter. Ich brauche erstmal... Bist du ganz do... Draußen oder so? Da war grad noch eine blaue Sniper. Ja. Ich muss mich... Ich muss mich hören. Wie heißt der, der gestorben ist? Hä? Irgendwo war grad noch ein Mediket, Alter. Auf jeden Fall sind da noch... Marcel war auch noch eine blaue Sniper. Ja. Ich bin auf dem Dach, ne? Kann's kommen. Tsss. Tsss. Hä? Wo seid ihr denn? Ich bin auf dem Dach. Hier ist gut. Bessere... Also Übersicht und so, ne? was er. Bessere jetzt noch immer... ich habe auch hier ich habe auch jemanden irgendwie da hinten so abgeschossen brauchst du schockarmonie hier unten liegt was hier unten liegt schockarmonie wo bist du denn hab ein ja komm als maul alter jetzt regt dich nicht auf ich habe wenigstens jemanden gekillt jetzt hier kommen noch mehr ja komm als maul hier kommen noch mehr das war es doch wieder komplett hat den da ist noch einer noch mehr da ich kann dir welche geben kommen bis oben auf dem hill sind welche hat den 1 aber hier ist noch einer der die von rechts habe ein von den gesnipet ha gefilte ist mein freund ich weiß nicht wo ihr seid na die werden gefilte da ich wollte ein bisschen blue life felix muss aber auch ein bisschen leben haben das fliegt da denn noch so da kommt immer mehr hey there is one shot ne ja hier hier ein bisschen schockarmonie hier wenn wir da nicht hin hätten alle so richtig low life sie sind alle so richtig low life du weißt wo der ist hat den gesnapen kommt hinter Nein, oh the fuck Der ist one shot. Habt ihr den? Der ist der 2 zu 5 Habt den, aber da ist noch einer Habt den Nein, beliebt mich wieder Achso, alles gut Wir müssen gleich zur Zone auf jeden Fall Wie viele Kids hab ich? Pass auf, achso die Fall ist tot Ich hab mich grad voll erschrocken Wo die alle tot waren Ja Ich hab so angeschütt Ich hab so angeschütt Ich hab 12 Kills Ich hab 12 Kills Ich hab so angeschüttelt Ich hab so angeschüttelt Ja Komm zur Zone Zur Zone Ich hab so angeschüttelt Ich hab so angeschüttelt Ich hab so angeschüttelt Ich hab so angeschüttelt Wenn das hier jetzt ein Sieg wird Dann Dann Werden gesniped Rechts Rechts irgendwo sind welche Hier Ja die Wir müssen aber also Die müssen ja kommen Ach ja mein Das war's dann wieder komplett Die Toner Die Toner Ist mir jetzt egal Egal Hier liegt noch ne lilanes Sniper unten Ich hab selbst eine Ja aber doch können die gold oder Hatte gleich vielleicht ein bisschen Material Marcel hat fast alles neben Ich hab zwei Stück Ich hab zwei Stück EINU Hurensohnzone Ich finde das doof dass es eine Zone gibt Ok jetzt wirds es schon wieder so hier Heftiger Hier ist nur noch einer Nice Ey der hat gefinished ne Was ist denn da gerade Hier liegt noch eine Lilane Shotgun und Mini-Schild. Mini-Schild kann ich mitnehmen. Da kannst du mitnehmen, wenn du willst. Ich hab sechs Minis. Super. Ich hab goldene Ska, grüne Pumpgun, Lilane Shotgun, Achminis, blaues Sniper. So gute Sachen? Nee, ich hatte nur welche, die hast bestimmt aufgehoben, irgendwie zwei Stück oder drei. Achmini, ich gewinne eh heute. Ich hab 300. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich kann nur noch Raketen-Muni geben, hier. Aber wenn du heute gewinnst, ähm, muss Michael erst das alles machen. Dann geht es los. Lass auf dem Bär, äh, nee, der ist nicht mehr in der Zone. Was? Ja, das geht gleich los. Ja, ja. Was? Dings. Wer gewinnt? Nein, noch nicht. Heute Abend ist. Ja. Aber das dauert nicht mehr. Ja. Jetzt kommen wir sowieso erst wieder um sieben oder sechs. Auf dem Berg. Auf dem Berg. Lass auf dem Berg. Ja, Michael, du musst ja auch arbeiten. Und wie locker. Und wenn ich... Dann ist runtergeschossen, ja, ne? Marcel hat fast alle Modi wie Dings. Okay. Das ist ja... Wie weißt du, wie viel Boden die man haben kann? Äh, äh. So viel... Ja, ja, ich weiß hier vorne direkt. Wie man Holz und so kriegen kann. Und das ist mega viel. Wo dann? Marcel hat... Marcel hat fast alles, was gar. Headmarker. Anstatt machen zu gehen. Nein. Nice. Hab'n Headdy gegeben hier links. Der ist hier auf 300... Auf dem Berg ein bisschen. Der ist richtig low. Der ist weiß da hinten, alter. Der ist richtig weiß. Der ist weiß da hinten, alter. Der ist richtig weiß. Ja, ich bin da. Ich geh' hin. Ja, ich weiß. Der... Der eine war irgendwie One-Shot, alter. Ich schwöre. Da hinten red' einer. Oh, du, 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 du. Und der lässt dich hier. Hier, hinter uns. Hier, hinter uns. Nein, nein, nein. Hab'n. Ja, Mann. Ich brauche das einfach. Ach. Ich brauche Leben. Ja. 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 Hab'n vier Tinklz. 14 ist ja mehr als die er gerade hatte. Ich denke, das wird hier ein Sieg. Ich hab 999 Steine. Wer war der Erste, der tot war? Munition habe ich auch gut. Ja, ich hab 690. Ist Kilian das noch, der mit Marcel spielt? Ja, ich kann ja noch was geben. Nicht die Slypher, nicht die Shotguns, nicht die Mises. Hier. Ja, 10 Stück. Hier, Marcel hat alles Leben. Marcel ist da Gelb. Ja. Ja, er hat so viele Kills. Drei, also 5 Leben, ja noch. Aber die müssen 3 Stück killen. Ja komm, der macht da ja irgendwie. Ja, er hat 7 Fallscharmen. Er ist tot. Ja, passt von den anderen auf, ne? Was? Nein. Ich hab, ich hab zwischmal alle Materiale. Ein Hitmarker mit Sniper. Nice. Den hab ich. Das ist der letzte. Mit Kilian jetzt doch. Oh oh. Oh, okay. Aber das wird ein Sieg, oder? Ja. Äh, wenn ich das. Okay, das hätte gewinnen, das war irgendwie zu zweit. Wieder ein. Das hast du was. Wow. Wow. Der ist ein Sieg, oder? Ja. Ja. Und der hat ein Sieg in der Falle. Mann. Ich soll jetzt hier erstmal einfach einen Sieg haben. Weil ich hab lange keinen Sieg mehr gesehen. Also. Jetzt ist Gang over. Ich hab, ich hab 16 Kills. Du hast 8 Kills. Und. 9 Kills. 25 Kills. Warum nicht? Ich glaub ich hab die, die Runde mal auf YouTube hoch. Ah fuck, Alter. Vollkommen schmerzen bekommen. Voll konzentriert. Und. Aber gut. Toll, die. Toll. Oh, das ist klar. Hä? Hä? Hä?